Was kann den Wildwuchs von sozialen Zuwendungen ersetzen? Es kann den Wildwuchs von sozialen Zuwendungen ersetzen, ist für einige eine intellektuelle Vision der 60er, für andere die logische Konsequenz des riesigen Erfolges des gelungenen Projektes mit immer weniger Arbeit immer mehr zu produzieren. Automatisierung, eine Konsequenz der Gegenwart. Die Rede ist von Grundeinkommen, es setzt auf Schaffenstrang. Die Neugier, das Vorankommen wollen. Es glaubt an den Bürger als eigenständig handelndes Wesen, was zu beweisen gilt. Und hier kommen wir zum Schaffenstrang. Gehen die Bürger auf der Basis eines Grundeinkommens ohne existenziellen Druck auf die Suche nach mehr Chancen im Leben oder engagieren sie sich gesellschaftlich oder bleiben sie vor dem TV liegen. Einige bleiben vielleicht ein paar Stunden vor dem Stunden liegen, andere brauchen etwas länger zum Aufstehen. Die meisten werden aufstehen, denn etwas ist da, was drängt. Und die, die liegen bleiben, stehen niemandem im Wege. Wir können uns darauf konzentrieren, etwas voranzubringen, zu schaffen. Der Schaffenstrang, stark oder weniger stark ausgeprägt oder entdeckt, ist da. In der Natur des Menschen. Sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind. Denn alles, was wir heute als selbstverständlich nehmen, sind verwirklichte Menschheitsträume, entstanden aus dem Drang zu schaffen. Und bekanntlich ist uns Menschen nichts mehr wert, als das, was wir selber geschaffen haben. Dafür investieren wir gerne Zeit, Material, unser Leben und deshalb wird das die Zukunft bestimmen. Schon heute produzieren kleine Unternehmen die schönsten Produkte. Vielen Dank Brand 1, Schaffenstrang fördernd. Größenverhältnisse Groß, Klein Mensch, Katze Maus, Ameise Ameise, Floh Planet, Mensch Universum, Planet Katze, Maus A little extract from Little King December the 2nd by Axel Hacke In Little King December's, the 2nd's world, you are born big, knowing everything you will ever know. How to do higher mathematics, how to close a business deal, how to write a computer program. And every day you get a little smaller and you forget a little bit more. So that at the end of your life, you are tiny and you spend your days forgetting things, eating jelly beans and chasing shadows in the garden. Childhood comes at the end of your life, but is that a good thing? Little King December is an old man, so he is as tall as a thumb. You can ask Little King December anything. You can lie with him on the balcony and look up to the stars and talk about immortality. And when you are with him, you can see things your eyes won't normally see. What do you feel when you look at the stars, asks Little King December. I feel small and unimportant, he replied. I feel as small as you are, even smaller, and the earth feels gigantic, and I am just a tiny speck. Down here you are big, and yet the minute you look at the stars, way up there you feel tiny. Yes, he said, like a little wheel that no one misses when it rolls off into a dark corner. Do you know what I feel, said the king? I feel enormous. I grow as big as the universe, but not like a balloon you blow up and that eventually will burst. It feels completely natural and gentle. I don't feel stretched or anything like that. It's like I'm the air. In the end, I'm not just part of the whole. I am the whole, and the stars are part of me. Can you imagine what it feels like? He was silent for a moment, and then he answered, no. That doesn't surprise me, the king said. If you could, then you would feel it too, and you would have realized long ago how good it feels. Huffing and puffing, he rolled himself over onto his tummy and looked up into his face. So which is the truth, then? Are you as big as you look or as small as you feel? Augenweide Die Weide ist das Feld der Nahrung. Meine Augen und Gedanken nähren sich in den Straßen der Stadt, in der ich lebe, seit September 2004 London und in den Orten, die ich bereise, in whichever way. Typisch 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 deutsch. 16% der Befragten wissen gar nicht, was typisch für ihr Volk sein könnte. Dem größten Teil der Befragten, 46%, fallen bei drei Antwortmöglichkeiten jedoch überwiegend positive Eigenschaften für den Deutschen ein. Besonders häufig werden Zuverlässigkeit, Fleiß und Perfektion genannt, gefolgt von Ordnung und Pünktlichkeit. 4% nennen ein bestimmtes Nahrungsmittel als charakteristisch für Deutschland, wobei in erster Linie Bier, Sauerkraut, Bratwurst angegeben wurde. Weitere neutrale Bezeichnungen von Autos bzw. einzelne Automarken und Zurückhaltung je 1%. Umformen, was Bestehendes verändern mit der Absicht es zu verbessern. Umnormen, unnormen, unnormin, unlorin, unforin, unferin, konvertir, konvertir, konvertat, konvertat, konfortat, konvertat, konujurate, codeurate, molurate, mellurate, mellurate, mellrufeat, mellufeat, bonjufit, bonifit, bonifil, bonfimer, bonomoy, Beforme, reforme, reformier, i-formig, förmig, formig, formig, formig. Dankeschön.